Herzlich Willkommen zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Ich erinnere mich grau daran, dass ich dieses Spiel vor vielen, vielen Jahren einmal auf der Xbox gespielt habe. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, als dieses Spiel für Nintendo Switch angekündigt wurde, es mir zu besorgen, denn ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen an dieses Spiel. Ich meine, es sieht jetzt schon ganz fantastisch aus und es hört sich wundervoll an. Ich erinnere mich aber auch, dass dieses Spiel einen sehr, sehr hohen Frustrationswert hat. Also ich glaube, es ist vergleichbar, mit so Titeln wie Cuphead, einfach aufgrund dieses Jump'n'Running Genres. Vielleicht kann man Bloodborne und die Dark Souls Reihe noch mit rein zählen, aber es ist eigentlich ein anderes Spielprinzip. Ähm, nichts desto trotz würde ich sagen, oder würde ich es jedem raten, dieses Spiel einmal selbst zu spielen. Und aus diesem Grund wollen wir nicht mehr lange Fehler zählen, sondern fangen wir an, würde ich sagen. Aber mal ganz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und da werden wir. Wir spielen jetzt Uri, diese mehr als niedliche Mischung zwischen Hunde, Welpen und O-Posso? Keine Ahnung, ja. Es ist ein Jump'n'Run-Spiel mit entsprechend viel Frustrationspotenzial. Ja, Potenzial. Ich meine, Leute, seht und hört euch das an. Das ist doch wirklich ganz fantastisch. Es bleibt allerdings leider nicht ganz so romantisch. Nein, ich wollte da hoch. Ich meine, Leute. Okay. Ja, so Ori ist definitiv das süßeste leuchtende Hundebaby, das ich je gesehen habe. Ich weiß, dass er kein Hundebaby ist, aber nichtsdestotrotz. Ja, so Ori ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Ach, Naro, was haben wir nur getan? Ach, Naro, was haben wir? 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 Und ich gehe weiter und weiter. Ich möchte nur nochmal klarstellen, das ist nicht das Spiel, das jetzt steuert, das bin ich. Und ich gehe weiter und ich gehe weiter und ich gehe weiter. Und ich gehe weiter und ich gehe weiter und ich gehe weiter. Ich gehe weiter und ich gehe weiter. Ich gehe weiter und ich gehe weiter und ich gehe weiter und ich gehe weiter. Ich gehe weiter und ich gehe weiter und ich gehe weiter. Und ich gehe weiter und ich gehe weiter. Und damit beginnen wir das Spiel. Ja, ein Jump and Run. Wie wir sehen, Ori ist mehr als hibbelig-hopbelig. Und er hat dieses coole Ninja-Run-Style. Wobei ich fest der Meinung bin, dass es das schon vor Naruto gab. Na ja. Der Spielmechanismus von Ori ist etwas, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Diese grünen kleinen Pünktchen hier unten rechts sind meine Lebensenergie. Während diese kleinen Pünktchen links, die blauen, meine sogenannten Energiezellen sind, mit denen man lustige Sachen anfangen kann. Zum Beispiel einmal Speicherpunkte erzeugen. Ihr könnt also jederzeit speichern, wann immer ihr genügend Energiezellen zusammen habt. Sobald ihr einen solchen Speicherpunkt erstellt, verbraucht sich die Energiezelle und sie ist dann eben weg. Es gibt natürlich Möglichkeiten, Energie und Speicherzellen jederzeit wieder aufzuladen. Dazu aber etwas später. Geisterlicht ist vergleichbar mit XP, also Erfahrungspunkten. Hier in dem Menü findet ihr unter anderem die verschiedenen Fähigkeiten, die Ori erlangen kann. Den Schwierigkeitsgrad, Statistiken, hier Energiezellen, Lebenszellen, Geisterlichter. Ich glaube, wie oft ihr gestorben seid, wie viel ihr vom Spiel sozusagen schon vervollständigt habt und die Zeit. Ich glaube, wie viel ist es so, alles, was nicht so, alles, was passiert. Dann k тоб載 uns die Pfannende Zelle. Das ist eine internationale Barre. Ich bin kein Neuer. Ich bin kein Neuer. Ich bin ein Neuer. Ich bin kein Neuer. Ich bin kein Neuer. Herzlichen Glückwunsch, wir haben unser nerviges, quitschiges Begleiterlein getroffen, gefunden, ja, eher gefunden als getroffen. Sein wird uns, oder sein, wird uns ab jetzt begleiten und sie ist nützlich und nervig zugleich, kann man so sagen. Eigentlich möchte ich das nicht, aber okay. Ja, 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 ja. Okay, ja, sein ist in diesem Sinne für uns wichtig, weil sie gleichzeitig unsere Waffe ist, mit der wir angreifen. Gut. Gut, also mit sein haben wir eine Möglichkeit, uns zu verteidigen und auch anzugreifen. Und jetzt werden die Geisterlichter da unten interessant, weil wir nämlich an einem Speicherpunkt, den wir erstellt haben, mit Hilfe von A, unseren Fähigkeitenbaum öffnen können. Und der Fähigkeitenbaum ist natürlich dazu da, Fähigkeiten zu erlernen, die uns zugutekommen. Das ist schon mal hier, Geistermagnet, die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen, äußerst praktisch, ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit, ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Ihr müsst für euch selber entscheiden, welchen Zweig des Baums, sag ich mal, zuerst maximieren möchtet. Ich werde jetzt erstmal den Geistermagnet aktivieren, weil ich zu faul bin, immer alles einzusammeln, sondern ich bin froh, wenn es zu mir kommt. Und diese lustigen Blümchen hier füllen eure Energie wieder auf, das Wasser in mir ist giftig. Ori kann zwar schwimmen, aber nicht in so einer giftigen Brühe. Von daher solltet ihr versuchen, euch davon freuen zu halten. Boink. Au. Richtig, diese Geisterportale, ihr könnt einmal daran speichern und ihr könnt zwischen Geisterportalen hin und her teleportieren, natürlich erst, wenn ihr mehr als ein einziges Geisterportal aktiviert habt. Wir können leider noch nicht die Wände hochklettern. Aber dank sein, wir haben jetzt neue Fähigkeiten. Mal kommen. So. Hup. Ja, man kann Objekte greifen, drücken und ziehen. Schlüsselsteine benötigt man eben, um entsprechende Tore zu öffnen. Das Spiel stellt euch auch gleich, ehe ihr euch versehen könnt. Ihr könnt vor so ein Tor. Da. Ja. Ja, das habe ich gerade erklärt. Ja. Ihr erkennt immer an diesen Einfurchen, also Vertiefungen rechts und links, wie viele Geistersteine ihr sammeln müsst. Es gibt Tore, die brauchen nur zwei. Es gibt Tore, sie brauchen vier. Je nachdem. Das sind Wegweiser, die ihr nicht zwingend lesen müsst, aber es schadet eigentlich nicht. Diese kleinen Kristalle oder auch Energiesplitter, die ihr zerstören könnt, sind dazu da, um die Geisterlichter, die Geisterenergien wieder aufzuladen. Und wir haben eine weitere Lebenszelle. Juhu, mehr Energie. Und ich habe einen weiteren, ein weiteres Logo für meinen Fähigkeitenbaum, sehe ich gerade. Wow. Und wie bei so vielen Metroidvania-ähnlichen Spielen, ist es auch bei Ori so, dass ihr sehr viel Backtracking machen müsst, einfach weil ihr entsprechende Fähigkeiten, die euch im Spiel weiterbringen, erst später erhalten werdet. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sind wir das dann... Ah, so. Ow. Ow. Okay, ja, das passiert, wenn ihr kaputt geht. Ihr verpuft einfach und kommt wieder am letzten Speicherpunkt, den ihr erstellt habt, raus. Und ich kann euch gleich sagen, dass Sterben für ein etwas ganz, ganz Natürliches, Normales in diesem Spiel sein wird. Ihr werdet sehr, sehr viel sterben. Auch ich werde sehr, sehr viel sterben. Weil dieses Spiel einfach durch diese Dynamik, die es beherrscht, euch dazu verleitet, nicht so wirklich darauf zu achten, was um euch herum passiert. Weil es einfach so viel Spaß macht, durch die Gegend zu rennen und zu hüpfen mit Ori. Ja, das hatten wir ja vorhin schon. Ja. 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 So, diesmal speichere ich vorhin. Das finde ich auch so eine Sache. Ihr werdet dafür bestraft, wenn ihr nicht so oft speichert, wie ihr könnt. Also im wahrsten Sinne des Wortes bestraft, weil je nachdem, wie lange euer letzter Speicherstand zurückliegt, kann das wirklich sehr frustrierend sein. So. 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 Oh. Wow. So, bei den ersten drei Fähigkeiten würde ich euch generell raten, sie zu aktivieren einfach, damit ihr alle drei Äste von diesem Baum freigeschaltet habt. Flup. Flup. Wir erinnern uns die Nacht, an der der Geisterbaum nach uns rief und Naro uns in die Höhle geschafft hat, um uns vor was auch immer zu beschützen. Diese Stammbäume sind über die ganze Welt verteilt und sie sind wichtig, denn von ihnen lernen wir neue Fähigkeiten. Und wir haben den Wandsprung erlernen. Und wenn wir jetzt hier in dieses Menü gehen, dann sehen wir zum einen haben wir die Geisterflammenfähigkeit und jetzt haben wir den Wandsprung. Und jetzt haben wir eine weitere Energiezelle. Und ja, Gegner respawnen. Das ist aber sehr, auch sehr schnell. Okay. 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 So wie gesagt, sterben ist in diesem Spiel in gewisser Weise omnipräsent und es wird sehr, sehr häufig passieren. first großartig ist in einem режим. Woah! Da drüben ist das Kartenstück, das wir brauchen. Au, 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 au. Das hier. So, damit haben wir einen weiteren Erfolg freigeschaltet und einen weiteren Teil der Karte freigeschaltet. So, und jetzt wäre es natürlich, wenn ich mal wieder Speisen entwende. So, so. Danke. Moin. Hopps, hopps, hopps. Hopp, 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 hopp. Ah, das war zu der Aori. Ja, also diese Tore öffnen sich nur, wenn wir entsprechend von unseren kleinen blauen Kügelchen unten haben. Wir haben leider nur zwei. Von daher wird sich dieses Tor für uns leider noch nicht öffnen. Oh. Okay. Wow. 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 pool. Okay. Wow. Ah, ah. Das war unbewollt. Na, Rory. Okay. So, damit hätten wir vier zusammen. Ups. Ach ja, richtig. Da war ja was. Ups. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, also, wie ihr seht, dass es so ist, wie es ist, ist unsere Schuld, also Oris und seins. Beide Übeltäter miteinander verbunden sind jetzt mehr oder weniger auf einer Rettungsaktion, um das ganze Unglück wieder rückgängig zu machen. Ja, Kuro, diese riesige, bösartige Eule, die vielleicht gar nicht so bösartig ist, wie sie ist, ist für mich einer der ziemlich besten Antagonisten, die ich bisher in vielen, vielen verschiedenen Videogames angetroffen habe. Also, ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein bisschen Geschmack auf dieses Spiel machen konnte. Es ist ein sehr dynamisches Spiel und wie ihr seht, kann es auch beim einen oder anderen Frust auslösen, weil man vielleicht vergisst, rechtzeitig und immer mal wieder zu speichern. Ich werde versuchen, dieses Spiel durchzuspielen. Ich habe es, als ich es das erste Mal durchgespielt habe, nicht komplett geschafft. In der nächsten Episode werden wir uns so langsam aber sicher an ein Level herantasten, dass ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir sind für heute wieder am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Ich finde dieses Spiel ganz fantastisch und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen.